Als mein Freund zu mir nach Hause kam, bestand er darauf, mir mein Rasiermesser wegzunehmen. Er sagte, er habe noch nie einen so nützlichen Rasierer gesehen. Dieser Rasierer ist kompakt und tragbar, weniger als die Größe eines Kopfhörers. Er verwendet eine feine Stahlklinge mit einem gebogenen elastischen Netz, das sich perfekt an die Gesichtskonturen anpasst, ohne zu kratzen. Starke Leistung, egal wie hart oder dick der Bart ist, Sie werden sofort eine saubere Rasur haben. Der ganze Körper ist abwaschbar, der benutzte Rasierer kann ohne Bedenken mit Wasser gereinigt werden. Das Wichtigste ist, dass er eine lange Akkulaufzeit hat, die mit einer einzigen Ladung 60 Tage lang anhält. Egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit oder auf einer Geschäftsreise sind, mit diesem Rasierer in Ihrer Tasche bleibt Ihr Gesicht immer und überall sauber und frisch. Die Qualität, die Sie in dem Video gesehen haben, ist die Qualität, die Sie erhalten haben, also beeilen Sie sich und kaufen Sie es zurück, um es zu testen. Der Hersteller verspricht, dass, wenn Sie nicht mit dem Kauf zufrieden sind, wird kostenloser Versand für die Rückkehr zur Verfügung gestellt werden, und Sie werden nicht extra Pfennige ausgeben. Der Hersteller verspricht, dass, wenn Sie nicht mit dem Weg zufrieden sind, wird kostenloser Versand für die Rückkehr zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller verspricht, dass, wenn Sie nicht mit dem Weg zufrieden sind, wird kostenloser Versand für die Rückkehr zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller verspricht, dass, wenn Sie nicht mit dem Weg zufrieden sind, wird kostenloser Versand für die Rückkehr zur Verfügung gestellt werden.